Die Lage ist für uns äußerst günstig. Wollen Sie bitte die Details zur Kenntnis nehmen? Nehmt euch, ihr Männer, vor Frauen in Acht, auf die euren Liebesblut Eindruck nicht macht. Die Lachen durch Erklären, mich reizt kein Gegehren. Ein wahrgewordener Märchentraum tritt majestätisch in den Raum. Um diesen zu durchschreiten. Du willst damit doch nicht etwas sagen, dass Frau Lydia Pawlowska der Spionage verdichtlich ist. Bei uns in Russland ist alles möglich. Weißt du's noch, wenn du Zeit und Dienst dann lieber Freund sei klug, benütz doch das Endur und denk jetzt schau, dass du ihr Herz gewinnst. Und jetzt seh ich klar, dies zärtlicher Tätatät, ich narr. Du spieltest mit falschen Karten genug. Ein Wahnsinn, was jedenfalls, denn von der Geliebten des Generals wird dich nichts anderes erwarten. Die Lachen wird dich nicht mehr. 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 Die Lachen wird dich nicht mehr.